Deutschland verliert gegen Kolumbien mit 0 zu 2 und das nicht mal unverdient, sondern mehr als verdient. Ich möchte die Kolumbianer absolut nicht kleinrennen. Das ist ein tolles Land, eine tolle Nation und sie haben heute mehr als verdient gewonnen. Und wir können uns glücklich schätzen, zum Teil nur 0 zu 2 verloren zu haben. Aber ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum zum Ukrainenspiel und zum Polenspiel keine Talks gekommen sind. Ich hatte einfach ehrlich gesagt keine Lust, gerade weil es mich nur noch aufgeregt hat mit der Nationalmannschaft. Aber spätestens jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich muss einfach jetzt mal ein Video machen dazu, weil ich einfach mal meinen Frust rausreden muss, gerade nach dem heutigen Spiel. Das war absolut eine Schande, vielleicht am Anfang noch einigermaßen ausgeglichen, aber gerade gegen Ende oder gegen Mitte der ersten Halbzeit waren die Kolumbianer einfach besser. Und es war eine Frage der Zeit, bis das 0 zu 1 fallen würde. Wir haben absolut nichts auf die Kette gekriegt. Das war, also ich habe selten so eine schlechte Vorstellung einer Nationalmannschaft gesehen, also von unserer Nationalmannschaft. Das war einfach nicht würdig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment kann man sich nur noch schämen für diese Mannschaft. Weil das, wisst ihr, wenn man verliert und man hat aber super gespielt oder zumindest alles gegeben, dann kann man immer noch sagen, ja, okay, es hat nicht gereicht, auch wenn man alles gegeben hat. Aber da ist kein Wille, da ist kein Ehrgeiz, da ist gar nichts. Das ist absolut Mist. Und gerade das 0 zu 1 war einfach nur schlecht verteidigt. Alleine, dass man so eine Flanke zulässt und dann, was war da in der Innenverteidigung los? Absolut gar keine, wie sagt man, absolut gar keine Verbindung zu dem Gegenspieler. Gefühlt 20 Meter Platz und was soll Ter Stegen da machen? Ist ein Top-Torwart, hat eine super Saison gespielt, gerade für Barcelona. Aber was soll er da machen? Was soll er da machen bei so einem starken Kopfball? Und ganz ehrlich, den hätten auch andere Spieler gemacht. Aber trotzdem, das hat absolut nichts mit Verteidigung zu tun. Das ist einfach nur desaströs und das können Drittligisten besser. Und dass die Fans jetzt langsam enttäuscht sind, dass sie sauer sind, dass sie einfach nicht mehr können und dass sie auch nicht mehr wollen und auch wirklich Bange haben vor der EM nächstes Jahr bei uns, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich meine, laut einer Umfrage haben ja über 60 Prozent gesagt, dass wir in der Vorrunde ausscheiden, was ja zeigt, wo das Vertrauen, sage ich mal in Anführungszeichen, ist bei unserer Nationalmannschaft. Das ist einfach nur schlecht und ja, was soll ich dazu noch großartig sagen? Hansi Flick wird jetzt langsam auch in der Kritik stehen, wo ein Rudi Völler noch gesagt hat, ja, wir wollen uns das Vertrauen zurückerarbeiten. Wir wollen zeigen, dass die Fans auf uns zählen können. Das sehe ich im Moment nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, das sehe ich im Moment absolut nicht. Und mich würde es sehr wundern, wenn Hansi Flick noch lange durchhält. Ein Jogi Löw wäre schon lange bei den Leistungen rausgeflogen, bestimmt schon zwei, dreimal. Aber ich bin ja nicht der DFB, ich bin nicht derjenige, der das zu verantworten hat. Für mich aber ist Hansi Flick nicht der richtige Trainer und man muss schnell reagieren, bevor es zu spät ist. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wenn euch meine Meinung interessiert, beziehungsweise, wenn ihr der gleichen Meinung seid, schreibt mir doch gerne mal einen Kommentar. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert nicht vergessen, um nichts mehr zu verpassen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video und ciao. Und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video.